Gestern habe ich keine Zeit. Das ist falsch! Wie verwendest du das Verb haben richtig? Schau dir dieses Video an, um mehr zu lernen. Wo es richtig losgeht, konjugieren wir einmal zusammen das Verb haben im Präsens. Ich habe, du hast, er, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Wir brauchen das Verb haben für viele Nomen-Verb-Verbindungen. Schauen wir uns einige Beispiele an. Ich habe Hunger. Ich habe Durst. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich habe Erfolg. Wir können diese Sätze auch in der Vergangenheit ausdrücken. Hierfür brauchen wir das Präteritum von haben. Wir konjugieren. Ich hatte. Du hattest. Er, sie, es hatte. Wir hatten. Ihr hattet. Sie hatten. Wie lauten die Sätze denn im Präteritum? Ich hatte Hunger. Gestern hatte ich Hunger. Ich hatte Durst. Gestern hatte ich Durst. Ich hatte Kopfschmerzen. Gestern hatte ich Kopfschmerzen. Ich hatte Erfolg. Gestern hatte ich Erfolg. Wofür brauche ich noch das Verb haben? Wir brauchen das Verb haben als Hilfsverb für das Perfekt. Wir können das Perfekt mit dem Hilfsverb sein oder mit dem Hilfsverb haben bilden. Schauen wir uns die Formen mit haben an. Wir brauchen immer die konjugierte Form von haben und das Partizip 2. Zum Beispiel Ich habe eingekauft. Ich habe eingekauft. Gestern habe ich eingekauft. Wenn wir aber Verben der Bewegung oder der Zustandsveränderung haben, brauchen wir das Verb sein. Zum Beispiel Ich bin in den Supermarkt gegangen. Gestern bin ich in den Supermarkt gegangen. Ich verrate euch jetzt noch einen Bonustrick. Oft verwenden wir das Verb haben im Konjunktiv 2, um höflich zu sein. Konjugieren wir nun das Verb haben im Konjunktiv 2. Wir benutzen diese Formen, wenn wir höflich einen Wunsch ausdrücken möchten. Zum Beispiel, wenn wir etwas im Kaffee bestellen. Zum Beispiel Ich hätte gern einen Latte Macchiato. Oder Ich hätte gern ein Stück von der Torte. Was hättest du gern? Schreibe deine Antwort in die Kommentare. Vielen Dank, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Liked das Video. Schreibt in die Kommentare. Und abonniert diesen Kanal. Aktiviert die Glocke. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.